Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS Und fortsetzen Unser Business Fahrt vorsichtig Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende Route neu berechnen Demnächst rechts abbiegen Jetzt sind wir schon wieder 11k Halt also schon wieder aus für die nächste Miete Miete, sag ich schon, für die nächste Rate Demnächst rechts abbiegen Wiege nach rechts ab Oh, wir dürfen jetzt sogar 80 fahren Das ist Ihr Herz allerliebst Oh Lässt er uns rein? Ja, doch, er lässt uns rein Derlie von dir, danke Boat Safety is not accident Also ich verstehe, was wir mit diesem Satz ausdrücken wollen Und ich verstehe auch Was das für ein Wortwitz sein soll Aber trotzdem Das ist ein schlechtes Wortspiel Rechts halten Dann Ausfahrt rechts nehmen Nimm die Ausfahrt rechts Und ich verstehe, was wir hier Oh, unsere Mutterlamp ist eingegangen. Nein! 17% Leute, wir haben noch tausend Meilen vor uns. Das ist nicht so gut. Wollen wir bald noch in die nächste Werkstatt reinfahren. Wollen wir bald wieder einspurig? Wollen wir nicht überholen, Junge? Ich bin größer, ich bin schwerer, ich bin alles, was du jemals sein möchtest. Bitte links halten. Sollte Lake City. 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 Oh, eine D痛werfer Werkstatt. Und einen Schlafplatz. Aber was noch? Ein Schlafplatz? Warte mal, bis es dunkel ist. Warte mal, bis es nun. 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 Wow. Warte mal, bis es nun. Immer geradeaus. Warum ist es nun? Warte mal, bis es nun. Ich hoffe, ob wir da mal links reinfahren wollen. Da wäre Schlafplatz und eine Werkstatt. Hallo. Warte mal, bis es nun. Ich bin, 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 bis es nun. Ich muss mir einen neuen verkaufen. Okay, lass uns eine neue, gute Kинки. Äh, ich kann wahrscheinlich so eh nicht parken, weil ich meine Aufstieger wieder abküppeln müssen. Was? Ah, ich hatte gerade! Haha! Ach, Moören. So, jetzt wird es spaßig. Kann ich so hinten wenden? Ja, ne? Ey. und ich bin dann direkt hier, ah ne ist zu eng, aber halt nicht, achso ich kann ja gar nicht rum fahren oder? kann ich da auch rum fahren? ich probiere es einfach mal ja doch zu gehen, doch sit kurz riege nach herzs riege nach herzs riege nach herzs riege nach herzs Könnte doch mal Scheinwüsche einmachen, ne? Wäre ne Idee. Ich bin 20 mph gerollt, drücke auf die Bremse und mein LKW bremst einfach gar nicht. Okay, verstehe ich? Immer geradeaus. Oh, ich habe schon etwa 20k. Nice. Da waren wir gerade bei drei Mitarbeitern, ne? Also... Ist schon nicht schlecht. Besser als Crypto-Mining. Ich dachte, wie es ist, ne? Ich dachte, wie es ist, ne? So, ich sollte voll auf die linke Spur... Die Seiten und dann links ab und ab. So, ich habe mal nicht mehr. Ich habe mal nicht mehr an den Augen... Ich gehe mal. Ich gehe mal an die Augen... Ich gehe mal an die Augen... Wiege nach links ab. 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 Mhm. Bitte links halten. Ja. Ja. Ich hoffe, wir finden ja keine Ratschleute zum Pausen machen. Oh ja, aus demnächst muss ich auf den Punch-Streifen fahren. Ah, nach vorne ist einer. Aber, ne, ist außerhalb des Sounds. Da kommen wir gar nicht drauf. Oder? Ne, da hätte man davor auch rausfahren müssen. Ne, da kommen wir nicht drauf. Aber da vorne ist eine Wiegestation. Cool. Bitte links halten. Der wollte es eh raus haben, von daher. Neu berechnen. Neu berechnen. Neu berechnen. Und dann sehen wir uns denn dann wieder. Bis dann. Neu berechnen. Neu berechnen. Neu berechnen. Neu berechnen. Neu berechnen.